Los geht's, die nächste Grundriss-Show. Genau, wir freuen uns, dass wir wieder was vorstellen dürfen. Heute haben wir Bungalows im Gepäck. Genau, und einen neuen Kollegen sozusagen. Der Flo ist im wohlverdienten Urlaub und ich mache heute mal die Vertretung. Und ich springe mal ein und jetzt schauen wir uns heute mal die Grundrisse an. Und ich wollte noch eine Info noch loswerden, weil das ganz oft schon Thema war, weil es um das Thema geht mit Abstand und Arbeiten und wie kann man nur. Also bei uns ist es so, wir lassen uns jeden Tag testen. Wir haben ein Impfzentrum direkt da drüben und nicht ein Impfzentrum, sondern ein Testzentrum. Und halten natürlich uns an alle Regeln, die es da gibt. Und wenn wir dann negativ getestet sind, dann können wir uns auch so zusammensetzen wie hier. Also da keine Angst, es hat alles seine Ordnung. So ist es. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Neuigkeit, die wir überbringen dürfen. Und zwar haben wir ein paar neue Kollegen im Boot, oder? Absolut, genau. Und zwar ist es so, die Amelie hat sich darauf spezialisiert, Einfamilienhäuser zu planen. Wir kriegen aber auch ganz oft Anfragen von Bauherren rein, die sagen, wir haben eine Million Budget. Wir wollen, weiß ich nicht, drei Baukörper und die sollen alle mit Brücken verbunden werden und so weiter. Und das ist natürlich relativ aufwendig zu planen. Und da ist es jetzt so, das würde bei uns den Rahmen sprengen. Wir könnten euch also nicht diese super Paketpreise anbieten, die die Amelie hat, um halt ein Einfamilienhaus zu planen. Sondern wir müssten dann ganz normal abrechnen nach der HOAI. Das heißt, man redet dann schnell über fünfstellige Beträge. Und das würde bei uns komplett den Rahmen sprengen. Also wir planen auch lieber fünf Einfamilienhäuser in den nächsten zwei Monaten anstatt ein großes Projekt. Das macht uns insgesamt mehr Spaß. Und wir haben aber Kollegen gefunden, die kenne ich noch von früher, von meiner alten Wirkungsstätte. Die haben ganz großes Interesse, genau diese Projekte umzusetzen. Das heißt, die rechnen zwar auch nach der HOAI ab, freuen sich über Projekte, die dann, ich sage mal, im sechsstelligen Bereich dann losgehen. Oder im hohen sechsstelligen Bereich oder auch gerne mehr. Wenn ihr da Interesse dran habt, ich kann euch gerne verbinden oder die Kollegen auch mal vorstellen. Und wir werden die auch demnächst dann hier in der Grundriss-Show dann auch mal mit einbinden. Und vielleicht auch beim Flo im Podcast mal vorstellen, dass ihr auch mal die Gesichter dazu habt. Und die vielleicht auch mal die ersten Projekte zeigen können, was die so in letzter Zeit alles geplant haben. Haben auch schon 40 Jahre Erfahrung, also die sind super gut. Und wer aber jetzt schon Interesse hätte, kann sich gerne melden. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, für fünfmal den Grundriss ran. Ganz genau. Gut. Was hast du heute mitgebracht? Bungalows gibt es heute. Bungalows. A better place. So, du hast uns also heute Bungalows mitgebracht. Genau, ja. Kamen viele Anfragen zu Bungalows. Wird ja leider nicht ganz so oft umgesetzt oder geplant. Liegt ja einfach daran, dass die Grundstücke nicht mehr ganz so groß sind. Leider? Ja, leider. Absolut. Also, dass mehr in die Höhe gebaut wird, als in die Breite, sagen wir es mal so. Ja, und das muss ja alles beim Bungalow auf einer Ebene passieren. Deswegen braucht es da Platz. Genau. Und die Motivation ist, ein Bungalow zu bauen, wahrscheinlich erst in den Alters gerecht? Auch, ja. Viele mögen auch einfach den Stil. Da gehöre ich auch unter anderem dazu. Das ist einfach, wer geht manchmal gerne in diese 70er-Jahre-Richtung. Also, da ist ja der Bungalow so ein bisschen berühmt geworden, sagen wir es so. Und das ist auch so ein bisschen amerikanisch, gell? Die laufen auch nicht so gerne Treppen. Genau. Ja, das ist für die faulen Leute. Genau. Das schneiden wir raus. Nein. Nein, Quatsch. Gar nicht. Im Gegenteil. Das ist, wie du schon sagst, für das Alter gut geeignet. Für Menschen, die effektiv und effizient leben wollen. Ja, und ich würde jetzt vielleicht sagen, wenn man jetzt drei Kinder hat und man braucht ewig viele Kinderzimmer, dann ist es vielleicht nicht die beste Lösung. Außer man hat ja ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück. Dann kann man sich da austoben. Aber das hat ja in der Regel keiner. Genau. Und dann werden wir wieder bei den Kollegen von eben aus Berlin die großen Projekte planen. So ist es. So ist es. Ja. Gut. Dann gucken wir doch mal jetzt genauer rein. Also, wir haben jetzt ja, wie gesagt, Pläne, die wir zugesendet bekommen haben. In dem Fall ja auch ein echt schöner Plan. Ich glaube, es ist selber gezeichnet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, man erkennt alles, was man erkennen muss. Eine Ausrichtung ist hier oben Norden. Das heißt, dann da unten ist Süden. Das würde ich jetzt erstmal, finde ich jetzt erstmal fraglich, sagen wir es mal so, weil ja dann die ganzen Wohn- und Essbereiche, also der schöne Teil vom Haus quasi im Norden liegt, wenn man jetzt den Pfeil hier oben. Ich verstehe. Könnte das irgendeinen Grund haben? Das kann schlicht und ergreifend die Ausrichtung vom Grundstück sein, ja. Also, wenn da unten jetzt die Straße ist und dann ist sie halt einfach im Norden der Garten, dann ist das so, ja. Okay, verstehe. Dann wird es wieder Sinn machen. Also, man könnte das dann vielleicht sich überlegen, generell einmal um 90 Grad zu drehen, dass man halt die schmale Seite nach oben zeigen lässt, sodass man wenigstens im Westen oder Osten die Wohnräume mit anordnet. Aber ja, da hat sich bestimmt jemand was dabei gedacht, deswegen will ich das jetzt nicht schlecht reden, Gottes Willen. Und wir kennen ja auch nicht das Baufenster, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Eben, das kann ja auch trotzdem sein, das ist ja mit, da sieht man es auch, die Grundfläche 123 Quadratmeter, das ist ja doch auch schon viel, also alles auf einer Ebene. Deswegen, wie du sagst, Baufenster kann da durchaus eine Rolle spielen. So, dann haben wir auf der linken Seite unseren Eingang, jetzt gehen wir einfach ein bisschen durch, so mache ich es mit dem Flur immer. Dann machen wir das ganz genauso. Genau. Da mit einem Windfang, das ist super, in dem Fall einfach, weil wenn der jetzt nicht da wäre, dann würde die Tür aufgehen und es würde sofort in den Ess- und Wohnbereich reinziehen. Deswegen macht man gerne diese Windfänge und dann hier auch nämlich eine super Gelegenheit, gleich einen schönen Schrank mit einzuintegrieren, also eine Garderobe großzügig. Sogar auf beiden Seiten, gell, da gibt es nochmal einen Rücksprung. Da gibt es auch nochmal einen, genau, da steht auch ein bisschen was, da gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer hin. Ein Einbauschrankregal und das ist ein Schrankregal, Sitzbank, Garderobe. Ja, wunderbar. Man sieht es hier auch, 40 Zentimeter, das ist genau richtig für Schuhe zum Beispiel. 2,90 Meter ist ja auch echt groß, also da passt gut was rein und dann hier vielleicht die Jacken noch mit 65, das ist so eine normale Schranktiefe, also Kleiderschranktiefe, wo man eben dann Jacken vor einem reinhängen kann. Wunderbar. Gut genutzt, muss ich sagen. Ich liebe ja Einbauschränke, das wissen wir jetzt mittlerweile alle. Also er spricht mich an, sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir einen Technikraum. Ist er groß genug, ist die spannende Frage? Ja, nein, sagen wir es mal so. Kommt jetzt immer drauf an, was haben wir hier in der Lüftungsanlage? Also es wird auf eine Luftwasserwärmepumpe vermutlich herauslaufen, ja. Man muss immer ein bisschen dazu sagen, es passt ja erstmal theoretisch alles rein, man hat es sogar hier eingezeichnet, das ist ja wirklich gut, aber es gibt Abstände, die man einhalten muss. Das habe ich auch schon mal hier und da erzählt, ich will mich nicht wiederholen. So Arbeitsräume zum Beispiel, dass man alles anschließen kann. Genau, also dann auch vor allem, wenn dann die Energie zum Beispiel kommt oder also ja, die Stromanbieter und die brauchen ihre Arbeitsräume, also das heißt vor allen Dingen hier vor den Kästen muss immer ausreichend Platz sein. Das muss man immer erfragen, ja. Da sind die auch dann eigen und speziell. Also wie gesagt, ich würde jetzt keinen Abstand nennen, aber da muss auf jeden Fall ein Abstand gewahrt sein. Deswegen würde ich vielleicht schon mal die Tür in die andere Richtung drehen. Und generell hier dieser Abstand zu wenden muss auch gewährleistet sein. Aber vielleicht hat das ja auch Hand und Fuß und das wurde schon alles so abgewunken. Generell würde ich sagen, es ist vielleicht ein Mühe zu kleiden, ja, um die Abstände zu gewährleisten. Alternative wäre, wieder mit Keller zu bauen. Dann hat das aber wieder vielleicht ein bisschen was mit Kosten zu tun. Absolut, ja. Ich meine, ein Keller und dann der Erdaushub dazu und wenn man eigentlich so alles auf eine Fläche hinkriegt, man muss ja auch sagen, was es ein bisschen kleiner macht, ist ja auch schlicht und ergreifend der Einbauschrank. Also das heißt, wenn man den jetzt mit reinnehmen würde, dann wäre das Ganze schon nochmal anders, ja. Dann hätte man natürlich andere Abstände, dann würde der Einbauschrank zwar wegfallen, ja, das ist auch so. Aber so könnte man auch schon mal ein klein bisschen Platz mehr generieren. Okay, aber es wäre ja auch so, dass es ja ein Bungalow ist für zwei Personen, so wie es aussieht. Aber zu mal Gast ist wahrscheinlich auch der große Garderobenschrank auch locker ausreichend, oder? Genau, eben. Dann würde man vielleicht sagen, man macht hier jetzt keine zwei Glaselemente, sondern nur eins. Dann kann der auch ein bisschen tiefer werden, der Schrank. Und somit hat man dann, zack, 2,90 Meter auf 60 oder 65. Dann kann man dann eben Schuhe und Sitzfläche und Jacken alle reinhängen. Klasse. Genau, haben wir schon eine Lösung. So ist es. Gut, also was auf jeden Fall super schön ist, was mir gleich auch nicht auffällt, ist wirklich dieser Küchenbereich. Das finde ich echt schön gelöst. Man kommt dann rein und sieht wirklich gleich, sollte dann eine hochwertige, schöne Küche sein, finde ich, eine repräsentative, aber irgendwie schön angeordnet, wie so ein Raum im Raum, sage ich immer. Ja, es ist einerseits gegliedert und trotzdem ist es alles groß und offen. Genau, das ist der springende Punkt, ja. Also es ist wirklich so ein, die Küche ist irgendwie für sich und mit dem Weg drumherum, das ist auch echt schön, ja. Man kann aber auch die Abkürzungen nehmen. Also gefällt mir erst mal sehr, sehr gut. Und dann natürlich anschließend dann der Essbereich und das Wohnzimmer. Also echt gut gelöst. Die Frage ist nur, die Quadratmeterangaben sind jetzt hier schon sehr klein. Also der Essbereich mit 14 Quadratmetern, das passt noch im Wohnzimmer. Also es ist schon im unteren Bereich, sagen wir es mal so, was die Quadratmeteranzahl angeht. Angepasst an den Technikraum. Genau. Ja, wie gesagt, wir wissen immer nicht, wie das Baufenster ist, ne. Und das hat alles auf einer Ebene. Da sieht man, dann muss man vielleicht hier und da mal Abstriche machen, ja. Aber es ist trotzdem gut gelöst, finde ich. Also bis jetzt wird es stimmig. Sehr. Und das ist auch deswegen auch gut gelöst, weil man sieht hier auch, es wurde mitgedacht, was das Thema Rücksprünge hier angeht, dann hier auch wieder für Schränke und Regale. Wirklich super gelöst, ja, dass nichts irgendwo im Weg steht in den Verkehrsflächen. Deswegen sieht der Grundriss auch so sauber aus, ja. Weil das alles immer bündig abschließt mit irgendwelchen Wandflächen, wie man das jetzt hier sieht, ne. Wenn der Schrank jetzt davor stünde, dann würde der aus dem Konzept rausspringen, ja. Das ist so. Deswegen sieht es sehr sauber aus, ja. Also gefällt mir sehr gut. Also mit was für einer Wahrscheinlichkeit selbst geplant oder vom Architekten gemacht, 60, 40? Ja, das ist echt eine gute Frage. Also dem Plan nachzufolge ist es kein Architekt, von der Bemaßung her und so weiter. Aber von den Ideen, entweder jemand hat verdammt gut zugehört bei unseren vorherigen Grundrisshows und ist da einfach sehr kreativ. Also ich würde fast sagen, es hat einen Privatmann gesagt. Ein Privatmann, okay. Genau, ja. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem Kollegen auf die Füße. Bestimmt nicht. Nein. Genau, okay. Was haben wir denn noch? Dann haben wir hier, das ist die Frage, das ist wahrscheinlich eine Verkleidung, die in der Optik sein wird von der Küche, ja, dass das ausschaut wie die Küchenfronten. Das ist ganz, das ist der große Renner momentan, ja, dass man auch so die Speise kann man… Habe ich auch schon ganz viel auf Baustellen gesehen bei Hausübergaben. Das ist ein super Trend. Ich glaube, der bleibt auch. Ich glaube auch, weil das ist ja wirklich was Schönes im Verhältnis zu so einer normalen Zimmertür. Genau. Und auch die Alternative wäre wieder, man müsste wieder ein Stück Wand hinbauen, die ist dann wieder 15 oder 16 Zentimeter stark. Ja, also so ist es super gelöst. Mit dem Trockenbau wird das wahrscheinlich dann ausgegliedert. Also ganz so fein wird es dann nicht sein, ja. Und dann braucht man ja auch noch eine Tür irgendwo, ne. Aber im Prinzip verstehe ich oder glaube ich zu verstehen, worauf es raus soll. Und das wird ja auch mit einem kleinen Trockenbau immer noch möglich sein, ne. So, was haben wir denn da? Da haben wir zwei Büros. Wow, okay. Und da ist jemand arbeitsmütig. Der Bungalow muss bezahlt werden. Ja, genau, so ist es. Ja, also eine Werkstatt, okay. Und ein Büro auch als Gästeraum. Ja, also ich finde genau, da sind wir wieder beim Punkt. Manche Leute sagen, oh, ich brauche ein 15 Quadratmeter Büro. Oh, okay. Wenn ich da vielleicht zu zweit drin sitze oder zehn PCs habe, weil ich ein EDVler bin, ja, dann. Aber generell ist das genau die Größe, die auch wirklich, also es ist die untere Größe, aber es ist so die Größe, die man eigentlich für ein Büro braucht, ne. So um die acht Quadratmeter, dann ist aber auch eigentlich gut, ne. Sonst ist es übertrieben erst mal. Und man sieht ja auch wieder hier, toll gelöst mit den Einbauschränken. Ja, gute, gute Sache. Was haben wir denn hier noch? Das gucken wir uns mal genauer an. Ein Klappbett. Ah, ja, das ist ja auch, da sieht man hier ganz fein die Schraffur, wenn man das Bett ausklappen würde, wo es dann hinkäme, ne. Ja, das ist auch so, auch ein Trend, der kommt hoffentlich immer mehr durch dieses modulare Wohnen, ja, auch in den Großstädten, dass man Wohnungen umfunktionieren kann. Daher kommt das und wirklich gut durchdacht. Schön, gefällt mir. So, was haben wir denn noch? Dann gehen wir mal jetzt hier in den rechten Flügel. So, dann gehen wir da über den Flurkleiderschrank. Also über die Ankleide. Genau, ja, nach oben ins Schlafzimmer oder nach unten ins Bad. Das ist natürlich toll, weil, höre ich öfter auch, wenn ich aufstehe und mein Partner darf noch liegen bleiben, dann muss ich nicht immer an dem vorbeiflitzen ins Bad oder was, ne. Dann macht man hier die Tür zu und ich kann mich zwischen den beiden Räumen einfach anziehen und fertig machen. Ganz genau, in der anderen hat es auch eine Ruhe. Ja, genau, fair enough, würde ich sagen, ja. Ja, also auch hier natürlich mit Einbauschränken gearbeitet. Man sieht auch da, Durchgang über der Tür sind die Schränke verbunden. Das heißt, auch da soll der Schrank in der Optik weitergehen, sodass dann die Tür, also dass es aus einem Guss ausschaut, dass der Schrank hier nicht endet, ja. Und genauso auch dann eben auch hier. Hier steht Bodentreppe. Okay, wir haben jetzt nur den Grundriss bekommen, deswegen weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist. Ja, da geht man hoch auf den Speicher. Ach so. Um da nochmal ein paar Sachen aufzulegen. Ach, mit Boden. Ja, natürlich. Genau. Das ist wieder der Nachteil, wenn man dann ohne Keller baut. Irgendwo braucht man ja ein bisschen Platz. Das stimmt. Wenn gerne argumentiert wird, ja, dann sammelt sich kein Mist an. Man hat ja trotzdem immer ein bisschen was, ob es jetzt Weihnachtsdeko ist oder Skiklamotten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich sage immer, das weißt du, die Skier, die müssen auch irgendwo hin, ja. Das ist doch. Auf jeden Fall ganz gut. Okay, dann hat es wohl den Aspekt, dass das kein Flachdach am Bungalow sein wird, sondern irgendwo ein Walmdach oder ein Krüppelwalmdach, Bungalow. Sonst hätte man oben ja keine Fläche, ne? Genau. Oder vielleicht sogar ein Satteldach, dass man ein bisschen mehr höher und oben auch noch stehen kann. Ja, auch. Hängt aber wahrscheinlich wieder am Bebauungsplan, ne? Wie groß darf die Dachneigung sein und so weiter. Genau, ja. Also was gerne mal beim Bungalow dann zutrage kommt, neben dem Flachdach ist eben so ein Krüppelwalmdach. Oder jetzt in dem Fall ein normales Walmdach, weil wir ja in einem rechteckigen Grund, das wir uns befinden. Okay. Jetzt ist hier, da steht die Zahl 90 zwischen den Türen drin. Ja. Das ist das Türmaß. Das ist die lichte Türbreite. Mhm. Und das ist auch in dem Aspekt ganz gut, dass du das sagst jetzt gerade, weil das ist eigentlich das Maß für eine Barrierefreiheit. Also man sagt immer behindertengerecht oder barrierefrei. Das sind zwei Paar Stiefel, die müssen unterschieden werden. Barrierefrei ist erstmal ohne Rollstuhl, ja. Ja, behindertengerecht ist, wenn ich wirklich ein Rollstuhlfahrer wäre, ja. Oder beuchte oder wenn ich schon so planen möchte, weil vielleicht das irgendwann mal der Fall sein könnte, wenn wir nicht mehr so fitter sind. Ja, genau. Also wenn man das mit einplanen möchte, dann ist eben die Lichte von 90 Zentimetern eigentlich gesetzt. Das ist dann behindertengerecht, ja. Das setzt aber dann zum Beispiel auch voraus, dass man das dann konsequent weiterführt im Bad. Dass man dann Wendeflächen für einen Rollstuhlfahrer dann auch im Bad generieren würde. Genau. Also man müsste zum Beispiel jetzt in dem Beispiel in die Dusche reinfahren können. Die müsste sich aber auch drehen können und auch wieder rausfahren können. Genau. Also das ist auch wirklich eine spezielle Planung. Da geht es nicht nur um die Dusche, sondern auch die Abstände vom WC zur Dusche und auch vom Waschbecken zur Dusche. Und das hier ist auf jeden Fall nicht behindertengerecht, ja. Aber altersgerecht. Altersgerecht, genau. Und wie gesagt, barrierefrei wäre der andere Aspekt. Dann müsste man jetzt noch gezielter die Abstände hier überprüfen. Dann könnte man von barrierefrei dann sprechen, ja. Das ist ein bisschen eine schwierige Unterscheidung. Da müsste man vielleicht öftermals noch darauf eingehen, damit wir das genauer erläutern. Aber in der Regel reicht dem normalen, außer er hat wirklich in den Rollstuhlen, dann die Barrierefreiheit. Barrierefreiheit. Nicht die behindertengerechtigkeit. Verstanden. Okay. So, was haben wir noch? Aber wie gesagt, gut, dass du das angesprochen hast, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, Dusche, schön groß, passt wunderbar, hier mit Tür. Da, ich habe oft gehört, die Leute frieren es, wenn man keine Tür hat beim Duschen. Deswegen ist auch … Das liegt am fehlenden Regenhimmel. Genau, genau, ja. So, was haben wir noch? Schubladen. Da wurde auch gleich richtig geplant mit Schränken und einem drum und dran. Das sieht man oftmals nicht in Bädern. Da, Zeitschriftenablage ist auch integriert. Das ist ja echt cool. Und was ich auch gut finde, sind die Vorsatzwände, die schon mitgeplant wurden. Die werden oft vergessen, wenn man es selber macht. Ja, deswegen, ja. Könnte auch wieder ein Architekt dann sein. Könnte dann doch ein Architekt gewesen sein. Weiß nicht, genau, ja. Genau, also auch hier außen an der Außenwand brauchen wir das sowieso. Und das ist ja hier alles, was sanitär betrifft, an der Außenwand angebracht. Damit braucht man eben diese Vorwände. Genau, ja. Ja, so, und das hier auch Raum hoch. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil sonst würde man ja oben im Büro oder Gästezimmer rausgucken. Okay. Trockner Nisch ist das auch. Trockner Waschmaschine, wunderbar. Braucht man ja, weil man hat ja keinen Keller. Also gut gelöst, würde ich auch wieder sagen. Ja, vielleicht, weiß ich, jetzt muss ich als Laie fragen. Vielleicht war es doch kein Architekt, wir sehen jetzt hier unten den Vorsatzwand, wo Raum hoch steht. Trotzdem sind aber Fenster eingezahlt worden. Ja, genau. Da hast du gut erkannt, ja. Also die könnte Raum hoch sein. Die müssen ja nicht Raum hoch sein. Hier in der Dusche ergibt es immer Sinn. Das war für die Dusche gedacht wahrscheinlich. Dann wird es der Einfachheit halber durchgezogen. Aber eigentlich könnte man es am Waschbecken wieder absetzen. Genau, so ist es. Weil man fließt ja auch. Früher hat man immer Raum hoch gefließt. Das macht man ja mittlerweile gar nicht mehr, ja. Weil das ist erst ein Kostenfaktor und das braucht es auch nicht. Man macht dann einen speziellen Anstrich fürs Bad und dann passt es. Und dann geht man auf 1,50 Meter oder was geht man dann mit den Fließen. Das ist auch eine Optikfrage, ja. Und im Duschbereich, weil da viel Spritzwasser ist, da fließt man es dann doch Raum hoch. Und deswegen deine Vermutung, glaube ich, stimmt, ja. Dann bringe ich gleich noch einen Baustellentipp mit ein, weil ich das schon ganz oft gesehen habe. Wenn man jetzt diese Vorsatzwand ein bisschen höher nur macht als das Waschbecken, hätte man auch gleich wieder eine Ebene, wo man Steckdosen platzieren könnte. Ganz genau, ja. Für Föhn, Rasierer und so weiter. Und muss dann später nicht mal noch was nachinstallieren, was dann noch mal teurer wird. Genau. Also erstens eine Installationsebene ist es und dann eben auch noch eine Abstellfläche obendrauf, ja. Genau. Einzige Frage ist hier, wenn das die Dusche sein soll, dann ist die hier Teil hoch, steht ja. Also die ist nicht ganz Raum hoch. So, wenn ich mich jetzt hier dusche, hier wird wahrscheinlich der Duschkopf sein, dann müsste das ja irgendwo verglast werden, weil sonst würde wahrscheinlich, dann Wasser rüber spritzen auf die Toilette, ne. Also das ist nur ein Punkt, den könnte man mal überlegen. Gibt es ein Mindestmaß für so eine Wand, die man nicht komplett Raum hoch macht? Nee, das ist… Zwei Meter, oder? Nee, nee, nee. Also es gibt ja wirklich durchaus so Wände, die man einfach nur zum Teilen von großen Flächen nimmt. Wirklich so Raumteile, ja. Die können, je nach Funktion, wenn da ein Fernseher dranhängen soll, je nachdem, wie groß der Fernseher ist zum Beispiel, guckt man halt, wie hoch dann die Wand sein muss, ne. Okay, verstehe. Also da berät sich dann der Architekt dementsprechend nach Nutzung, würde ich sagen. Genau, dafür gibt es ja die Planungsaufträge. Genau. So, ja, also dann sieht man schon, wir sind schon relativ schnell gut durchgekommen, aber es ist ja auch kompakt. Man kann sagen, es fehlt ja ein Stockwerk oder zwei, ne, in der Theorie. Oh, jetzt bin ich schon, ich wollte nochmal ganz kurz eben da auf die Wohnfläche mit 101, das ist eigentlich wie eine Wohnung, ne. Also wie eine relativ große Wohnung. Also man sieht wunderbar und jetzt noch ganz kurz zu den Fenstern, auch da super gut gedacht, weil alles nicht im übertriebenen Maße, ja. Aber das, was man braucht, hat es und was, es ist nicht übertrieben, wir haben ja letztens mal einen Grundes gehabt, der war echt, waren viel zu viele Fenster, sag ich jetzt mal. Fand ich nicht. Aber ich habe ja auch, komme ja auch von woanders her, also ich finde immer ganz viel Glas und offen und hell ist super, super schön. Ne, aber hat natürlich immer was mit Kosten zu tun, deswegen, ne, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte wahrscheinlich, ne. Das stimmt, also Kosten und natürlich auch Stellflächen, ne, also wenn man da hier auch, dass die, hier ist bewusst wahrscheinlich kein Fenster eingetragen, dass man eben auch mal mit dem Sofa da an die Wand hängen kann, ne. Genau, vielleicht hier noch als Tipp für Bauherren, denen das auch gefällt, möglichst offen zu bauen mit ganz viel Glas, ihr könnt euch gerne mal die Seite fachwerkhausexperte.de anschauen, das war damals die erste Seite, mit der ich gestartet bin, da geht es um moderne Fachwerkhäuser und die haben es wirklich übertrieben mit Glas, also da braucht man wirklich ein Grundstück am besten. Ganz weit draußen, Waldrandlage und das ist auch nichts für Neubaugebiet, weil es halt zu offen ist, aber das könnt ihr euch gerne mal anschauen, für den Fall, dass ihr so ein Grundstück hättet oder euch diese Architektur mit ganz viel Helligkeit gefällt. Genau, ganz ein anderer Stil dann wieder, das stimmt, aber ja, ich finde das ist ja alles spannend, ich hätte ja sonst mal ein Büro verfehlt, wenn ich das nicht spannend fände. Okay, gut, also dann wie gesagt, alles drin, was man braucht, Raumhöhe, Lichte, Raumhöhe 2,75 Meter, das ist verdammt hoch, also was heißt verdammt hoch, um Gottes Willen, aber das ist sehr hoch für die jetzigen Bauverhältnisse, normalerweise wird immer so 2,50 Meter, 2,60 Meter irgendwas dazwischen geplant, also da werden auch Zusatzkosten auf die Baufamilie zukommen, weil es einfach die Firmen sich gut zahlen lassen, also so erhöhte Raumhöhen. Aber auch in einem Bungalow wirklich schön und auch wichtig und auch im Stil entsprechend ein bisschen höhere Raumhöhen zu generieren, ja. So, und jetzt haben wir gesehen, da waren schon Ansichten dabei, da switchen wir jetzt mal runter. Okay, also da würde ich jetzt behaupten, es hat wirklich privat mal gezeichnet, aber das macht auch nichts, weil es erfüllt komplett den Zweck und man sieht wirklich auch, was los ist und was wir haben wollen, ne. Okay, also wir haben hier ein Walmdach, da waren wir jetzt schon gar nicht so falsch gelegen und auch ein relativ steiles Walmdach, also mit relativ viel Aufbau, also heißt diese Treppe nach oben, die ergibt wirklich Sinn, weil den Dachboden kann man sehr gut nutzen, ne. Ich schätze mal, hat man so 1,50 Meter, 1,60 Meter oben ungefähr. Ja, also wenn das jetzt hier die Geschossdecke ist, das sieht man ganz leicht hier, ne, da sieht man so eine gepunktelte Decke, ja, und da oben ist ja der First, dann ist das hier schon fast, ich vermute, an die nahezu zwei Meter, ne. Wahnsinn. Also das ist schon relativ viel dann, jetzt so nicht, ja, so rum, genau, und da kann man auf jeden Fall einiges abstellen, wunderbar. So, Fenster, das sind mehrteilige Fenster, auch das finde ich immer schön, das sieht man hier ja auch die Öffnungsrichtungen, das sind Festverglase-Elemente oder nur zum Kippen, vermute ich, und das sind Drehkipp-Elemente, super gut, weil man kann hier ein großes Fenster generieren, aber hat das Thema nicht mit diesen großen Flügeln, die dann in den Raum reinstehen, ja. Stimmt, ja. Ja, deswegen hier durch die Bank so gewählt, und weil eben der Raum so hoch ist, hat man hier, oder arbeitet man mit diesen Lichtbändern oben, ja, auch das ist schön, ich habe sowas privat auch zu Hause, ich muss aber sagen, das ist eine Katastrophe zum Putzen. Wofür hat man einen Freund? Ja, genau, das stimmt, ja, also da muss man sich dann wirklich überlegen, vor allem, man müsste es halt aushängen können, das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, dass man die aushängen kann, die Schorniere, wenn es eben nur zum Kippen wäre, dass man die auch gut reinigen kann, ja. Ja, verstanden. Ein paar so allgemein Hausfrauen-Tipps noch nebenbei. Genau. Zu den Fenstern selbst, hast du da einen Favoriten? Es gibt ja Kunststofffenster, Holzfenster, Alufenster und auch den Mix mit Holz, Alu? Ja, das kommt immer auf den Stil an, also Kunststoff verstehe ich, dass das oftmals die Wahl wird, weil das einfach preislich noch attraktiv ist, generell bin ich Fan von Holz oder Holz, Alufenster, je nach Optik. Holz ist ein bisschen undankbar, muss man sagen, weil die oft halt mal schnell irgendwelche Dellen in den Türen, ja, das passiert bei Holz halt einfach, aber ich finde, das ist einfach ein sauberer, ein ordentlicherer Werkstoff und deswegen, ich würde mir privat immer Holz oder Holz, Alu, wie gesagt, nach Stil dann einbauen lassen. Und nach Budget natürlich. Und nach Budget, das ist es eben auch, ja. Aber wie gesagt, Gottes Willen, es gibt sehr, sehr gute Kunststofffenster, damit ihr auch nicht falsch verstehen, also die erfüllen genauso ihren Zweck. Genau, ich habe aber letztens erst gelernt, ich war auch immer ein Fan von Holz, Alufenstern, weil das hochwertigste und beste zumindest vom Material her, aber auch da ist es so, weil wir auch das Thema Ökologie oft besprechen, die Kunststofffenster sind eigentlich am ökologischsten, weil ein Alufenster zu produzieren, verbraucht so viel mehr Energie, das steht eben keinem Verhältnis mehr zu einem Kunststofffenster, also auch da ist es sogar ökologisch gedacht, auch wenn man erst mal meint, es ist halt Kunststoff. Ja, absolut, ja, das ist ein guter Aspekt, siehst du mal, ja. Weil man immer auch denkt, Holz, 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 Holz ist nachhaltig vielleicht, ja, Holz ist auch nachhaltig, aber mit dem Alu-Thematik ist es dann schon wieder vielleicht nicht mehr, ja, genau, okay. Ja, was haben wir noch? Da war das Schlafzimmer und da war dann das Fernsehzimmer und hier der S-Bereich. Also man sieht schon, es sind relativ wenig Fenster, aber das erfüllt auch den Zweck, also es passt eigentlich, ne. Ich finde nur, die Anordnung der Fenster könnte ein bisschen optimiert werden, damit das Fassadenbild ein bisschen schöner ausschaut. Also die Fenster an und sich gefallen mir, nur wie gesagt, die Positionierung an der Fassade ist sehr gut wahrscheinlich im Raum abgestimmt, nur da könnte man vielleicht auch mit verschiedenen farbigen Putzen noch arbeiten oder ein bisschen am Holzelement, damit es ganz so, ja, einfach ausschaut von außen, sagen wir es mal. Okay, verstanden, ja. Aber wenn es eine Privatperson war, trotzdem dafür sehr gut gemacht. Auf jeden Fall. Also ich bin ja immer entzückt, was wir alles Tolles bekommen. Genau, und das ist dann auch soweit schon alles. Genau, dann würde ich sagen, wir haben noch ein Vergleichsobjekt mit drin. Was heißt Vergleich? Nochmal ein Bungalow, eine ganz andere Art von Bungalow. Den schauen wir uns jetzt auch noch an. Super. Dann sind wir mal rüber, würde ich sagen. Verliebt, also das hat kein Privatmann gezeigt, überhaupt nicht. Okay, verstehe. Ja, okay. Was haben wir denn? Straße. Oben ist der Eingang. Wie soll es anders sein? Sehr gut. Gut, also Diele haben wir ähnlich wie beim vorherigen auch mit dem Windfang und dann gleich zur Straße hin angeordnet. Hauswirtschafts- und Technikraum vermute ich mal. Ich sehe sonst keine Technik. Ja, genau. Also das wird auch die Technik beinhalten, weil ein Keller hat es auch nicht. Hier wird es auch diese Treppe nach oben geben. So schaut es zumindest aus. Man könnte in der Diele schon noch ein bisschen, wie es vorher beim anderen auch war, vielleicht mit Einbauschränken arbeiten. Sonst ist es einfach nur ein schlichter Raum. Also eigentlich ein bisschen schade. Vor allem, wenn die Tür jetzt so ist, wie sie ist, dann könnte man die ein bisschen verrücken. Vielleicht in dem Fall nach rechts. Und dann könnte man hier, ah, dann haben wir den Konfliktpunkt hier unten. Nichtsdestotrotz die Tür, zum Beispiel diese Tür nach unten rutschen mit einem anderen Öffnungswinkel, dann hätte man hier auch schon mal eine Stellfläche neben der Eingangstür rechts. Ja. Also ein bisschen Spiel mit den Türen. Man kann es vielleicht insgesamt ein bisschen größer machen. Also ich glaube, ein Grundriss würde so ein halber Meter mehr gut tun oder vielleicht einen Meter ungefähr. Jetzt muss man aber wieder sagen, wenn das wirklich so ist, dass das ein Grundriss aus dem Katalog ist vom Fertighausanbieter, die versuchen natürlich auf Teufel komm raus, alles zu optimieren, damit halt wirklich alles untergebracht ist erstmal. Und damit trotzdem die Kosten irgendwie noch für den Bauherrn darstellbar sind, um es mal so zu sagen. Ja. Und da wird natürlich auf jeden Cent dann irgendwie geachtet. Aber vielleicht würde es dem Grundriss tatsächlich gut tun, wenn das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, dass man das einfach einen halben Meter vergrößert. Und dann hätte man mehr Möglichkeiten und könnte sich ein bisschen mehr ausleben. Das stimmt, ja. Gerade was Flächen und Schränke betrifft. Ich habe zum Beispiel auch, mir fällt gleich was auf. Also man muss mal ganz kurz auf die Abmessungen eingehen, ja. 14,5, knapp 14,5 Meter ist ja auch kein Pappenstiel, ne. Es ist ja schon sehr groß. Und was haben wir jetzt hier, da sind wir auch in etwa dann bei 15 fast, ja. Die Seite und diese zusammengenommen. Das ist schon groß eigentlich, ja. Aber muss es ja auch sein, weil da soll ja auch ein bisschen was passieren. Und neben dem Kind und dem Elternschlafzimmer, da haben wir auch noch ein Büro. Also die Fläche braucht es, ja. Man baut ja eben nur einstöckig. Was mir aber auffällt, ist die Frage, braucht es wirklich ein Dusch-WC zum Beispiel, ja. Also die Dusche im WC, wenn hier neben dann das Bad ist. Ganz klar ist hier die Aufteilung folgende, damit wir es mal kurz auf den L-Winkel eingehen. Oben ist die öffentliche Fläche, das ist das obere Rechteck. Und der untere Teil, das da hier, ist so der private Flügel, ja. Das sieht man ganz klar mit Schlafzimmer, Kind und Büro und Bad. So, und die Frage ist, wie oft kommen Gäste, die dann diese Dusche benötigen? Ich will vor Folgendes raus. Wenn man jetzt hier das Bad ein bisschen kleiner machen würde, oder könnte, ja. Dann könnte man den Hauswirtschaftstechnikraum vielleicht ein bisschen nach unten vergrößern. Damit wäre auch das Thema mit der Garderobe wieder ein einfaches. Also es gibt da durchaus wieder Möglichkeiten. Man sieht es, man muss es überprüfen, aber so einfach wäre irgendwie eine andere Lösung zu generieren, ja. Verstanden. Genau. Aber hier ist ja auch ein Schrank. Ah, das kann ich jetzt leider nicht lesen. Ich glaube, das wird auch auf die Garderobe rauslaufen, vermute ich jetzt mal, ne. Also nochmal der Hinweis, Pläne bitte im PDF. Ja, das wäre wirklich gut, ja. Aber das L-Winkel-Bungalows sind jetzt nicht so häufig, deswegen stellen wir jetzt die Ihnen vor. Ja, also ganz interessant, wie gesagt, das ist auch schön. Das ist oftmals, das ist bei Bungalows nicht nur bei L-Bungalows so, dass es eben in so öffentlich und private Bauteile eingeteilt wird. Und so haben wir es jetzt hier eben auch. Dann switchen wir mal gleich darüber. Also man geht hier gleich in den offenen Wohn-Ess-Küchen-Bereich. Ja, die Abstände, die lassen wir jetzt mal außen vor, beziehungsweise ich muss es trotzdem kurz sagen, das ist natürlich nichts, ne. Also und so einen Schrank, weiß ich nicht, ob man den so stellen würde. Also hier zwischen Sofa und dem Küchentisch oder dem Stuhl, wenn der ausgezogen ist, der steht ja jetzt hier in der Zeichnung noch leicht unter dem Tisch. Also da würde man, so würde man das nicht machen. Entweder der Sofa ist zu groß oder der Tisch ist zu klein oder zu nah dran. Also hier Abstände einhalten, ja. Und die Küche, ja, die ist auf jeden Fall zweckgemäß. Also der Tisch muss wahrscheinlich bleiben, weil wir hatten zwei Kinderzimmer, glaube ich, gell? Ja, auf jeden Fall muss ja auch ein Tisch hin, nur der Abstand ist halt einfach zu niedrig. Also muss die Couch kleiner werden. Genau. Also entweder man nimmt hier den L, gibt man noch einen halben Meter dazu, ja, dann würde das Fenster hier nach unten rutschen. Dann hätte man hier diesen halben Meter dann gewonnen, weil es bringt ja nichts, wenn man jetzt hier so eigentlich großzügig offen wohnen, Küche plant. Und dann ist alles sehr gedrungen durch die Möbel, ne. Absolut. Das ist eigentlich so der Punkt, ja. Aber wie gesagt, ansonsten die Küche gut gelöst, hier im Eck, würde ich sagen, zur Straße hin auch, verstehe ich. Kann man sehen, wer kommt und geht. Das ist wunderbar. Und auch sinngemäß natürlich den Wohnbereich hier unten anzuordnen, weil da ist eben das, was du gerade meintest. Hier entsteht dann so ein privater Raum, der so ein bisschen abgeschottet ist von der Straße. So ein Freiraum, den man natürlich toll mit Terrassenmöbeln und Gartenmöbeln dann bestücken kann. Genau. Wie ist das eigentlich? Jetzt haben wir hier keine Speisekammer. Bin ich eigentlich auch ein großer Fan von. Wahrscheinlich werden die Bauern das dann hier mit dem Hauswirtschaftsraum und dem Technikraum zusammengelegt haben, vermute ich. Genau, vermute ich auch. Gibt es irgendwelche Vorgaben, wenn man dann Lebensmittel einlagert, was man da beachten müsste? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist ja auch immer ganz explizit auf den Lebensmitteln steht es ja drauf, trocken und wie auch immer lagernd. Nee, da gibt es jetzt architektonisch, aus der Sicht keine Sachen, die man berücksichtigen muss. Und ja, generell ist die Speise halt einfach, wie sie heißt, trocken zu lagern und es braucht jetzt nicht ungefähr eine riesen Fensterfront für eine Speise, ist auch klar. Also wenn da mal einfach kein Fenster dran ist, dann ist es auch kein Problem. Nee, das ist hier zusammengefasst. Ich bin ja immer so ein mäßiger Fan von Speisen. Siehst du mal, hat man gleich zwei unterschiedliche Meinungen. Ja, aber man kann das hier auf jeden Fall in den Hauswirtschaftsraum auch noch mit integrieren, zumindest Wasserkästen. Genau. Und dann habe ich jetzt noch eine Frage. Und zwar ist es so, es gibt ja verschiedene Heizsysteme. Ich glaube, bei so einem Grund ist es auf jeden Fall Sinn, mit Fußbodenheizung zu bauen. Weil man hätte ja sonst, wenn man zum Beispiel jetzt eine Luftheizung hätte, dann hätten wir irgendwo irgendwelche Lüftungsschlitze, die im Fußboden drin sind. Das wird ja noch mal schwieriger, gerade wenn es schon so kompakt ist, das noch so alles zu planen und festzulegen, dass man auch noch die Möbel reinstellen kann, oder? Ja, absolut. Oder sogar mit Heizkörpern wäre es noch mal schwieriger. Ja, also Heizkörper sind ja eigentlich auch leider ein ganzes, was heißt leider, Gott sei Dank ein ganzes Thema oder das Ding der Zeit, sagen wir es mal so. Generell ist eigentlich, ich bin ein großer Fan von Fußbodenheizung. Das hat einfach folgenden Grund. Die warme Luft steigt nach oben und die kalte Luft fällt ab. Also ich habe da mit mehrere Fliegen auf einer Klatsche, sagt man so. Also ich habe die Heizung, ich habe keine Radiatoren, keine Heizkörper in der Gegend stehen. Ich kann das schön mit meinen Möbeln bespielen, die Räume. Und eben, ich habe keine kalten Füße. Aber das ist einfach so, man kriegt die Wärme nicht an den Füßen so herbei, wie man es über eine Luftwärme machen würde. Also deswegen immer klarer Fan von generell Fußbodenheizung. Genau. Und was ich von einem anderen Architekten gelernt habe, der hat mir gesagt, man könnte inzwischen auch hingehen, den Verteiler von der Fußbodenheizung kann man zum Beispiel auch im Badezimmer einplanen, weil er sowieso eine Grundwärme abgibt, wenn sie leicht warm ist. Und man zum Bade ja sowieso lieber gerne ein bisschen Wärme hätte. Genau. Guter Aspekt. Das ist ein super Trick. Ja, absolut. Ja, siehst du mal. I'll get what to learn. Genau. Gut. So, dann, wie gesagt, den Teil haben wir jetzt soweit gut durchgesprochen hier. Mit Schiebetür auch in Ordnung, ganz klar. Das wären wahrscheinlich keine Bodentiefe. Das passt auf jeden Fall. Ich finde, vom Verhältnis Wandfläche zu Fensterfläche ist das auf jeden Fall in Ordnung. Genau. Wie würdest du, wenn man jetzt bei der Schiebetür rausgeht auf die Terrasse, wie würdest du die beschatten? Würdest du große Dachüberstände machen oder eher mit einer Markise arbeiten? Ich finde, da in dem Fall würde ich eigentlich mit so einer Art Pergola arbeiten. Da bin ich generell auch Fan davon. Aber das kommt immer auf den Stil vom Haus. Wenn jetzt ein Flachdach-Bungalow wäre, dann ist das Thema mit dem Dachüberstand schon mal dahin. Generell ist auch so ein Bungalow nicht dafür gemacht, einen riesen Dachüberstand zu machen. Das ist vom Stil, das ist eine Stilfrage. Eine Markise geht natürlich immer. Da gibt es ja unterschiedlichste Lösungen. Das muss ja nicht immer diese rot-gelbe, wie aus den 80er Jahren, genau. Die muss jetzt ja nett sein. Nee, aber ich würde, wie gesagt, wenn man das finanziell sich ermöglichen kann, wirklich mit einem Pergola-System vielleicht arbeiten, mit einem Stützfuß dann hier, vielleicht dann auch hier, dann hier wirklich Holzbalken drüber, die man dann auch noch mit einem Tuch bespannen kann. Also, dass es hier den Teil nochmal ausfüllt, aber eben mit einer Pergola. So ein bisschen Beach-House-Style. Genau, ja. Aber Gottes Willen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Da muss man explizit dann den Stil vom Haus kennen, dass man das dann auch genauer beantworten kann. Okay. Ja, dann gehen wir, wie gesagt, nochmal kurz darüber. Dusch-WC haben wir ja gerade schon angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, was das hier ist. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Dusch-WC. Die Frage war ja vorhin auch von mir schon, ob es das in der Größe bräuchte. Du meinst den Kreis mit den drei Streifen? Habe ich mich auch schon gefragt. Ja, du schaust wie eine Vase. Ja, wollte ich gerade sagen, mit so Duftstäbchen drin. Ja, genau. Wie Puro in Riesengroß. Genau. Und Markennennung, Werbung, Vorsicht. Genau, Obst. Gibt auch noch zehn andere, die genauso gut riechen. Auf jeden Fall. Duften. Genau. Dann, siehst du mal, wir gehen mal runter ins Bad, um von dem WC wegzukommen. Das ist auf jeden Fall auch richtig schön groß, muss man dazu sagen, ja. Ja, ich glaube, es ist eine Pflanze, jetzt sehe ich es. Da sind öfter mal auch Pflanzen angezeichnet, ne? Stimmt. Ja, ganz sicher. Das ist ein Kaktus. So, eine Eckbadewanne oder so eine Halbeckbadewanne, das ist natürlich schön, weil die ein bisschen größer und nicht ganz so gedrungen ist, wie so eine übliche typische, ja. Ich finde es auch gut, dass der Abfluss in der Mitte ist von der Badewanne, dass auch zwei Personen mal rein können. Sehr gut mitgedacht. Und hier dann noch ein Tipp aus dem kaufmännlichen Bereich, bei den meisten Fertighausanbietern ist es so, die Standardbadewanne ist nur 1,70 Meter oder 1,80 Meter. Wenn man mit zwei Personen rein möchte, würde ich empfehlen, am zwei Meter, oder? Auf jeden Fall. Also ich plane eigentlich nicht drunter. Und der Abfluss in der Mitte. Ja, genau. Ganz wichtig. Ne, das ist absolut so. Auch wenn ich alleine in der Badewanne sitzen möchte, möchte ich ja auch nicht, möchte ich ja auch gerne mal einfach bequem drin liegen, ohne dass immer irgendwas nicht bedeckt ist mit Wasser, ja. Man kann sagen, dass die Knie komplett rausgucken. Genau, ja. Wenn man die Füße oben auf den Rand legen müsste. Heute sind wir ganz schön detailverliebt, hey. Das ist aber gut. Ich kann nicht bremsen, sorry. Kein Problem. Ne, ich finde es wichtig zu sagen und wie der Tobi schon sagt, im Standard ist es eben nicht so, ja. Deswegen dann nochmal. Dann setze ich gerade noch einen drauf. Wir sehen ja noch die Toilette daneben. Es gibt auch viele Anbieter, da ist die Soft Close noch kein Standard. Das sollte man auf jeden Fall hinzubemustern. Ist jetzt kein Make-It oder Break-It, ob man jetzt mit dem Anbieter baut, ja oder nein. Kostet halt auch nochmal 50 bis 100 Euro, aber Kleinvieh macht ja auch müssen. In der Summe kommt immer noch ein bisschen was dazu. Deswegen hier der Tipp, schaut in der Baubeschreibung nach, wie ist die Badausstattung. Und vor allem bei kleinen Kindern, denen ist das reichlich egal. Absolut. Da fallen dann die Toilettendeckel. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein schönes Gadget. Ich finde, das gehört sich auch mittlerweile fast dazu. Also das würde ich mir gönnen und vielleicht irgendwo anders lieber Abstriche machen, sagen wir es mal so. Genau. Dann haben wir ja wieder die Dusche abgetrennt. Auch wunderbar, schön groß. Das ist natürlich echt toll. Auch ein bisschen Licht fällt noch rein, also das ist keine ganz dunkle Dusche. Ich finde, das ist schön gelöst. Und da vorne dann eben das Waschbecken. Saubere Lösung. Also mir gefällt das Bad gut, ja. Und ausnahmsweise mal keine typische Teelösung, wo wirklich das WC versteckt ist hinter dieser Wand. Ja, das würde jetzt hier nicht gehen, weil einfach die Raumtiefe das nicht hergäbe. Okay, aber nichtsdestotrotz ist es schön versteckt hier hinten im Eck. Man kommt rein und guckt erstmal raus oder eben auf die Badewanne oder auf das Waschbecken. Dann noch eine Frage, wenn ich nicht nervt. Ja, nee, du nervst gar nicht, um Gottes Willen. Wenn wir jetzt hier die Dusche haben und da kommt natürlich noch ein bisschen Licht reingefallen von der Seite her, man würde jetzt über die Dusche noch eine Beleuchtung hinbringen. Braucht man eine Spezialbeleuchtung wegen dem Wasserdampf, was man berücksichtigen müsste oder könnte man einfach eine normale Lampe hinbringen? Ich denke, was heißt normal? Ja, also das sind halt so eingelassene. Ich würde jetzt nicht eine Hängeleuchte da hinhängen, das nicht. Okay, verstanden. Aber wie gesagt, so ein bisschen in einer abgehängten Decke würde das mit Sicherheit gehen. Mit normalen Spots funktionieren. Genau, ja. Okay, gut, dann gehen wir nochmal in den Flur. Ja, der Flur ist halt ein Flur, relativ lang, aber auch einfach sinngemäß braucht es in der Form, um links und rechts die Räume zu erschließen. Also auch nicht unnötig lang, würde ich jetzt behaupten. Gut, dann haben wir das Büro. Auch da haben wir jetzt wieder das Pontat dazu, was ich vorhin meinte. Das ist schon recht groß, ja. Aber es kommt auch immer darauf an, wen man da auch empfängt. Vielleicht hat man ja wirklich Geschäftskunden, dann darf es auch kein Spielzeugbüro sein. Generell ist es einfach ein großes Büro. Im Vergleich zu dem anderen, das würde ich sagen. Ja, und Kinderzimmer, hier auch schön angeordnet. Da weiß ich nicht, ob ich nicht sogar geswitcht hätte, also getauscht hätte, das Elternzimmer. Die Eltern, die Terrasse nutzen können, gell? Ja, genau. Das wäre jetzt so mein Gedanke. Aber vielleicht denken wir auch falsch, weil vielleicht ist nicht nur hier eine Terrasse, sondern hier auch noch, also ein L ebenso, also in diesem Bereich und in dem unteren Bereich, sodass die Eltern hier eine private Terrasse fast haben. Dann gäbe ich das Sinn. Ausschnittweise mal im Grunde ohne Ankleideraum. Und man sieht, siehe da, funktioniert trotzdem, wie es halt früher auch funktioniert hat. 300 Jahre davor. Genau, ja. Wenn man es richtig löst und dann hier auch mit Möglichkeit mit Fernsehen noch. Also das kann man wunderbar so auch integrieren, das denke ich, ja. Schön. Da sind wir eigentlich jetzt schon soweit durch. Fenster, wie gesagt, passen auch, würde ich sagen. Auch schönes, großes im Badezimmer, hier in dem Kinderzimmer, Elternschläftzimmer auch wunderbar. Immer die Türen natürlich zur Terrasse raus. Finde ich sehr schöne Lösung. Ja, gefällt mir gut. Super. Na? Schön. Leider haben wir jetzt da keine Ansichten dazu, aber es ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Da geht es ja immer, es ist sowieso, erst mal macht man den Grundriss von innen und dann geht man auf die Ansichten nach außen, ne? Ist ja schon schön und wichtig, dass man die Ansichten dann auch optisch ansprechend dann generiert, aber man wohnt ja generell innen, ne? Deswegen ist es wichtig, dass innen funktioniert. Und hier deutet sich noch eine Garage an, unten rechts, oder? Ja, entweder eine Garage oder es könnte auch nochmal ein Winkelbunkerlos sein. Also ich bin mir nicht sicher. Ne, das wird eine Garage, da hast du absolut recht, ja. Das ist hier die Garage und dann ist das der Zugang von der Garage in den Garten. Okay, verstehe. Ja, also gefällt mir sehr gut. Und hier und da, hier ein bisschen vergrößern würde ich, weil es ist sehr gedrungen im Vergleich zum Rest, ja. Also es ist wie beim Metzger, da darf es ein bisschen mehr sein. Darf es ein bisschen mehr sein. Das ist eine ganz kleine Schippe, noch mehr Platz. Kommt auch aus Baufenstern, haben wir ja auch gesagt. Aber schöne Geschichte, ja. Und jetzt sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Bungalows eben sein können. Gerne wieder weitere Pläne schicken. Ich muss nicht Bungalows sein, kann alles möglich sein. Wir stellen ja so ein bisschen nach Themen vor, haben wir ja die letzten Male schon erklärt. Und das Ganze immer gerne im PDF. Und dann freuen wir uns wieder, wenn wir was erhalten von euch. Ja, schön, super. Dann dir vielen Dank für deine Zeit. Danke, ja. Und hat mir immer großen Spaß gemacht. Ja. Und ja, freuen wir uns auf die nächste Grundrissshow. Genau, das nächste Mal bringe ich was Eigenes wieder mit. Aus Köln, habe ich schon gehört. Aus Köln, genau. Genau. Da waren wir jetzt letzte Woche. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Dank fürs Zuhören. Ciao. 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 Ciao.